moin zusammen hier ist wieder jens vom kanal move electric schön dass ihr wieder dabei seid heute sitze ich wieder in einem auto der stellantis gruppe diesmal ist es gelb also ihr könnt es hier sehen aber auch außen und was könnte es sein ja es ist der jeep avenger oder auch avenger wie ihr wollt ich sage immer avenger warum auch immer heißt es avenger oder avenger wie würdet ihr das nennen schreibt sie gerne in die kommentare stellantis hat ja ein baukasten und ist ein bisschen so wie beim asiaten da hat man drei sorten fleisch drei sorten soße und zwei beilagen und daraus zaubern sie 30 verschiedene asiatische gerichte und bei stellantis ist es ähnlich sie haben einen baukasten mit einer plattform die e cmp plattform die haben einen akku den 50,8 kilowattstunden akku also netto dann haben sie irgendwie motor für die front und infotainment system und ja dann haben sie verschiedene firmen also marken die im salantis konzern unter einem dach vereint sind und die machen mit dieser plattform dann diverse autos der astra von letzter woche war so einer von opel und jetzt hier der avenger ist von jeep ja ist das jetzt langweilig ich finde nein denn der jeep der sieht wirklich richtig klasse aus und er ist tatsächlich zum auto des jahres 2023 gewählt worden das ist ja schon was ob sie jetzt den elektrischen gemeint haben oder doch den verbrenner denn das hier ist ja eine mischplattform man kann hier sowohl elektrische als auch verbrenner mit bauen gibt es auch plugins ich weiß es tatsächlich gar nicht heute teste ich aber mal den jeep avenger natürlich in der elektro variante was auch sonst mein motto ist ja move electric ihr kennt das ja ja und das wird auf jeden fall ein spannendes video kann der avenger mit dem opel astra mithalten der war ja jetzt letzte woche mega effizient das wird ein mega spannendes video also unbedingt dran bleiben diese sendung wird euch präsentiert von store and charge euren experten für ladezubehör das schöne an so einem baukastensystem wie stellantis ihn hat ist ja dass man aus verschiedenen komponenten die unterschiedlichsten autos zusammenstellen kann da hat man dann hier zum beispiel beim jeep avenger vom innenraum so ein bisschen das 10,5 zoll display vom fiat 500 dann hat man hier den fahrstufen wähler auch irgendwie fiat 500 die gesamte mittelkonsole macht für mich auch den eindruck vom fiat 500 drive mode wähler wieder opel ja hier diese tastenleiste auch wieder opel hier wiederum diese ablagen sieht für mich im prinzip auch so aus wie im fiat 500 ja und das war es dann schon der rest ist dann irgendwie eigenständig natürlich hier das in wagenfarben lackierte cockpit leider gottes das gesamte interieur kompletto hartplastik das ist wirklich so ein bisschen abtörend also wobei hier ist was weich da wo man den arm auflegt das ist ganz gut nicht ganz so hart aber der rest ist reines hartplastik na gut das was hier so alugebürstet ist natürlich auch hartplastik aber es ist sehr gut verarbeitet es rappelt nicht es klappert nicht und es sieht eigentlich total schick und jugendlich und auch total dynamisch aus vor allem eben auch mit diesem geilen gelbton ja man merkt hier im jeep avenger dass die designer sich auch so ein bisschen spielerisch austoben durften das war ja schon so im fiat 500 hier gibt es halt sehr viele spielerische details so ist vorne hier zum beispiel so ein scherenschnitt also schattensilhouette von so einem ja von so einem stern gucker hier oben in der ecke sind dann so kleine punkte das sind dann die sterne in der heckklappe ist dann so eine berg silhouette und vorne am kühlergrill ist so eine stilisierte kühlerfront von dem ganz alten original jeep auch an den felgen sind diese stilisierten kühlergrills irgendwie vorhanden sogar an den rücklichtern sind so diese senkrechten striche also das ist alles ganz niedlich und ja das überraschendste tatsächlich ist für mich der blinker sound also der hat mich jetzt wirklich völlig von den socken gehauen jetzt hört euch das mal an ich werde mal eben kurz blinken achtung könnt ihr das hören das ist doch im prinzip eine beatbox aha aha ich liebe dich nicht du liebst mich nicht ich liebe dich nicht du liebst mich nicht da 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 es ist doch original trio leute also haben die designer sich irgendwie an trio orientiert ja völlig skurril unter uns gesagt doch ziemlich nervig aber leider kann man den blinker sound nicht umkonfigurieren der ist irgendwie hartgecodet in der software ja stichwort software wir haben natürlich wieder over the air updates und dieser jeep hier scheint was den astra angeht von letzter woche irgendwie eine version zurück zu sein es wurde mir vorhin auch angezeigt dass ich ein update machen könnte bloß beim installieren sagt er hat keine online konnektivität das ist in diesem testwagen leider nicht freigeschaltet so dass ich auch keine sprachbedienung machen kann das ist alles ein bisschen lässig aber gut natürlich geht es grundsätzlich was auch grundsätzlich geht ist apple carplay android auto wireless und da haben wir die nächste pfiffigkeit hier in der mittelkonsole da ist so eine art ipad magnet abdeckung die kann man so hochklappen und die ist so magnetisch und dann kann man das auch wieder zu machen natürlich und hier drin oder hier drunter das ist ein bisschen fummelig manchmal weiß man nicht muss man das jetzt so machen oder so dann ist der sind die gangwall schalter verdeckt aber hier drunter ist dann die induktive ladeschale da kann man das handy reinlegen also hier und dann ist es sogar ein bisschen beleuchtet und es fängt auch sofort an zu laden hier ist noch ein stauraum da passt doch fast eine flasche rein also 0 0 3 0 0 3 5 flasche würde ich sagen passt hier rein hier in der mittelkonsole noch so mit so fächern getrennte upsala hartplastik wie gesagt mit so fächern getrennte ablagen ablagen wenn man sie wieder rein kriegt so armlehne kann man auch noch hochklappen und da ist auch noch ein fach drin also fiat 500 mäßig wenn ihr den mit der armlehne mitbestellt was ich immer empfehlen würde ja und das war's türen natürlich ablagen für krimskram ist eine flasche passt hier nicht ganz rein und das war's auch schon aber hier wie gesagt auch handy fachscheibe kleingeld ladekarte passt ja heute ist einer der heißesten tage des jahres wir haben es über 30 grad draußen deswegen bin ich ja auch ein bisschen am schwitzen und die klimaanlage läuft also falls es ein bisschen rauscht bitte ich um entschuldigung aber ohne es ist echt nicht auszuhalten aber noch mal stichwort zur software ladeplanung da haben wir schon letzte woche im opel astra gesehen dass er keine richtige automatische ladeplanung hat und das ist hier im jeep genauso und die software wie gesagt scheint eine version zurück zu sein denn hier wird während der ladeplanung nicht mal angezeigt wo auf der strecke der akku zu ende ist ich kann das ja mal eben zeigen wenn wir nach münchen navigieren das muss ich eintippen weil wie gesagt die sprachbedienung gerade hier nicht funktioniert wegen der online konnektivität münchen enter so steht hier in münchen fahren muss ich antippen jetzt ist hier noch mal so ein fenster das baut sich so langsam auf die route hat er schon hier steht noch mal fahren und hier gibt es noch ein grausfeld das ist dann sozusagen für die alternative route aber ich will die blaue dann nämlich fahren so 753 kilometer gleich kommt noch eine stimme die mir sagt wann ich ankomme das ist irgendwie heute nacht um eins und jetzt habe ich hier wieder zwei ladestationen das sind die bei mir in der nähe also quasi um die ecke sie erreichen die ziel um 1 uhr 28 habe ich nicht gesagt um die ecke das ist nämlich hier lang wehle zb das ist in 20 kilometer entfernung da will ich aber ja gar nicht laden ich kann jetzt hier rauf und runter scrollen bis zum ziel aber da ist keine ladestation dazwischen so jetzt kann ich hier wieder auf die drei punkte drücken sehe hier mein ziel münchen hier gibt es wieder ein ladestecker und da sehe ich jetzt meine route und hier sind ganz viele blaue punkte entlang der route das geht aber durch bis münchen und beim astra war es so dass hier irgendwo ein rotes batterie symbol war auf der strecke wo mein akku im prinzip hier vom auto zu ende ist ja und das haben wir hier wie gesagt nicht sondern wir haben hier ganz viele blaue punkte und da muss ich jetzt abschätzen wie viel prozent habe ich noch im akku was zeigt mir meine reichweite an wie weit komme ich wohl ungefähr mit dem auto und da muss ich dann irgendwo drauf drücken ich sag mal irgendwo bei marktenburg irgendein eon wird mir jetzt angezeigt und da kann ich jetzt den stopp hinzufügen dann berechnet er das neu dann habe ich hier wieder meine route wo ich rauf und runter scrollen kann jetzt kann ich bisher und scrollen das ist jetzt hier und das sind jetzt hier sieht man es 208 kilometer das müsste jetzt in der reichweite absolut noch passen ich könnte sogar noch später laden sie erreichen ihr ziel um 1 uhr 43 sagt es mir wieder wann ich ankomme ja das ist alles was man hier mit dem auto an ladeplanung momentan hat und ich würde mal hoffen dass es mit den nächsten software updates besser wird und das irgendwie beim übernächsten software update spätestens die automatische ladeplanung kommt weil das muss man heute als elektroauto hersteller eigentlich anbieten ja sehr schön finde ich das lenkrad das ist wunderbar klein extrem griffig hat ein schönes material ich weiß nicht ob das echtes leder ist und es hat richtige vernünftige haptische tasten also vw schaut euch das mal an so macht man das das gefällt wirklich und auch sonst obwohl es hier wie gesagt alles plastik ist ich fühle mich in diesem wagen total wohl weil er hat auf mich irgendwie so eine ausstrahlung ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll es gibt ja leute die haben charakter und genauso ist das bei diesem auto der hat irgendwie charakter trotz hartplastik wirkt es auf mich eigentlich unheimlich cool sitze sind auch wunderbar es sind so sitze mit kunstleder wo ein jeep logo eingesteppt ist diese steppung hier auf der rückenlehne ist auch in wagenfarbe dieses gelb das kommt unheimlich gut zusammen mit diesem schwarz hier auch weiße zier nähte die sitze haben super seiten halt also für mich hier perfekt leider sind sie nicht elektrisch einstellbar sondern nur mechanisch was es leider auch nicht gibt ist mal wieder die anhängerkupplung ja die haben sie weggelassen bei so einem jeep verstehe ich es irgendwie nicht da möchte man doch vielleicht auch mal was ziehen ja jedenfalls haben sie es nicht und ob es irgendwann kommt da streiten sich die geister die einen sagen ist geplant die anderen sagen ist nicht geplant man weiß es nicht ja stichwort offroad es ist natürlich so dass der jeep hier nicht nur drei fahrmodi hat wie der astra noch letzte woche das waren ja irgendwie eco normal und sport die hat er natürlich hier auch wenn ich immer durchsteppe dann seht ihr hier sport normal eco und dann kommt sand schlamm und schnee das heißt da passt natürlich dann die traktion entsprechend dem untergrund an das ist richtig cool und für so ein jeep gehört sich das auch übrigens die bodenfreiheit hier von diesem auto beträgt ganze 20 cm oder wie wir männer sagen 20 cm also hammer wirklich mega gut der wagen ist wirklich hoch aufgebockt und man sitzt auch sehr hoch hat eine super übersicht obwohl der wagen ja eigentlich ich sag mal in der kleinwagen klasse mitspielt denn die länge hier die ist im prinzip nur so lang wie ein vw polo der wagen ist vier meter acht lang vw polo ist vier meter sieben gut dieser eine zentimeter der macht dann auch nicht mehr und die höhe hier ist ein meter 58 polo ist 147 also könnt ihr mal sehen im prinzip von der länge her ist es fast schon kleinwagen sieht natürlich gar nicht danach aus ja hintere sitze sind natürlich aufgrund der länge des autos ein bisschen beengter wenn man hinter mir sitzt ich bin 182 dann geht das gerade noch so also wenn ich selbst hinter mir sitze als 182 hinter 182 dann haben die beine noch ganz gut platz hinter den sitzen es ist ungefähr zwei zentimeter beinfreiheit noch da dann ist es aber auch schon ziemlich knapp so meiler dann wollen wir schauen ob du hier rein passt ach übrigens der avenger hat auch eine coole funktion man kann nämlich mit dem fuß die heckklappe öffnen dann geht sie elektrisch auf ja das ist immer cool ja was haben wir hier kofferraum 355 liter umgeklappt asymmetrisch sind es 1250 wir haben hier keine durchreiche wir haben aber einen doppelten boden den kann man auch rausnehmen und noch eine etage tiefer legen hier kann man dann so ladekabel verstauen das ist ganz schön so und jetzt wollen wir gucken ob du hier rein passt ja höhe und kopffreiheit sieht super aus fläche ist nur nicht so groß aber zum sitzen und liegen da sollte das reichen nach so wie meine elektrische heckklappe achtung ja das sieht super aus jetzt gucken wir uns das mal von innen an so und von innen wie sieht es da aus die fläche ist okay du kannst dich dann sogar hinlegen wenn du willst das passt schon so meiler das war doch ganz okay oder hast du gut gemacht jetzt darfst du wieder raus so langsam wird es aber echt zu warm hier in dem auto also lass uns mal losfahren wir haben noch 91 prozent im akku und eine angezeigte reichweite von 380 kilometer bin gespannt jetzt stemme auf die und fahren los ist der wendekreis hier vom jeep extrem cool 10,5 meter das macht ihn unglaublich wendig auch gerade in der stadt auch mit seinen kompakten abmessungen das macht dann richtig spaß den wagen zu fahren auch das kleine lenkrad und so und das handling hier vom auto gerade in der stadt echt super und an diesen blinker sound ich glaube da würde ich mich nie dran gewöhnen wenn ich den wagen besitzen würde der nervt mich irgendwie extrem obwohl er eigentlich cool ist ja fahrwerk ist relativ straff aber eine gute mischung aus komfort und sportlichkeit und man merkt das hier an den guli deckeln spürt man schon und genau wie beim astra kann ich hier auf b stellen schaltpaddles für rekuperation habe ich nicht und wenn ich mal gas wecken nehme ja es ist genau das gleiche also es verzögert merklich aber kommt nicht zum stillstand und bei 9 kmh rollen wir weiter ja obwohl der wagen eigentlich leichter ist als der astra der wiegt nämlich hier nur 1540 kilo ungefähr beschleunigt er nicht so schnell also eine halbe sekunde fehlt ihm er schafft das nur in 9 sekunden von 0 auf 100 und das merkt man auch so ein bisschen im vergleich zum astra letzte woche er ist nicht ganz so spritzig im eco modus sowieso nicht aber auch sonst im normal oder sportmodus das ist jetzt nicht der mega punch also das dürfte ich jetzt nicht erwarten aber dafür sitzt man hier echt schön hoch hat auch eine super übersicht finde ich also auch hier die sitzposition mit den sitzen das macht alles einen sehr guten eindruck ja und bei 29 grad außentemperatur da geht es jetzt auf die autobahn und die bedingungen sind ja eigentlich für so ein test optimal da müsste doch der avenger seine stärken gerade was die effizienz angeht voll ausspielen können ja die ausstattungslinie die ich hier fahre das ist die summit variante das ist quasi die höchste ausstattung hier vom jeep avenger und hat auch alle möglichen assistenzsysteme natürlich totwinkel warner spurhalter assistent adaptiver tempomat funktioniert auch hervorragend was er nicht hat glaube ich ist der spurwechsel assistent zumindest habe ich ihn noch nicht gesehen dass er funktionieren würde und kein head-up display ja das ist echt schade beim opel astra da habe ich es tatsächlich genossen das war richtig schick ja hier fehlt es leider also wenn man es mal hatte dann vermisst man es plötzlich man muss auch sagen dass die geräuschkulisse hier im avenger nicht ganz so leise ist wie im astra tatsächlich also hier hört man doch ein bisschen windgeräusche ist auch ganz klar der wagen ist ganz anders geformt ist viel höher und die front ist viel steiler die windschutzscheibe wahrscheinlich auch steiler ja dann macht sich das natürlich in der größeren geräuschkulisse bemerkbar und so gut gedämmt wie der astra scheint er auch nicht zu sein ja heutzutage da wünsche ich mir echt eine sitzbelüftung hat er natürlich nicht aber sonst die sitze so vom seitenhalt her gefallen mir echt gut also sehr bequem leider gottes kann man sie nicht elektrisch einstellen das begreife ich auch nicht so wirklich ist alles mechanisch und das ist auch so ein ding wo ich sage warum habt ihr das denn hier nicht eingebaut ich weiß gar nicht ob man das dazu konfigurieren kann ja der avenger hat ja auch den frontmotor genau wie der astra hat auch dieselben leistungsdaten also 115 kw 156 ps vor der astra aber noch 170 also laut taro sogar 173 da ist hier der avenger bei 150 abgeregelt das finde ich echt viel zu früh leute 150 meine in deutschland das ist doch jetzt keine geschwindigkeit dass man mal eben ein bisschen schneller fahren kann beim überholen oder so das ist richtig schade irgendwie haben sie da wohl angst dass er dann zu viel verbraucht und der akku zu schnell leer ist weil akku größe ist ja auch identisch 50,8 kilowattstunden und naja effizienz laut datenblatt wltp auch so kombiniert 15 kilowattstunden auf 100 das sieht momentan nicht danach aus hier auf der autobahn da liegen wir jetzt bei 19 immer noch aber gut wir sind ja noch eine weile unterwegs sind ja erst 40 kilometer aber auch 19 kilowattstunden finde ich für die größe und diese form dieses autos ja noch gar nicht mal so dramatisch ja ich habe übrigens noch ein tipp für euch wenn ihr euch gerade ein elektroauto gekauft habt oder überlegt euch eins zuzulegen dann kennt ihr vielleicht schon die thg-quote das ist ja die treibhausgasemissionsquote und mit dieser quote könnt ihr jedes jahr quasi zusätzliches urlaubsgeld bekommen einfach so nur weil ihr elektroauto fahrt ich bin zum beispiel mit meinem auto bei geld für eauto das ist ein dienst der euch die gesamte arbeit für diese treibhausgasemissionsquote abnimmt das heißt dort registriert ihr euch auf der internetseite ladet eine kopie eures fahrzeugscheins hoch also macht zum beispiel ein foto mit dem iphone und ladet es einfach hoch dann reichen die quasi euer zertifikat beim umweltbundesamt ein und wenn das alles genehmigt ist dann kümmern die sich um den verkauf des zertifikats und bieten euch bis zu 380 euro jedes jahr für eure thg-quote das ist natürlich bis zu kann schwanken wenn ihr auf der sicheren seite sein wollt dann nehmt ihr dort die garantie summe die beträgt nämlich 250 euro im jahr die euch geld für e-auto garantiert und das würde ich in jedem fall empfehlen weil die preise schwanken doch angebot und nachfrage regeln den preis ja und dann habt ihr zusätzliches urlaubsgeld und das ist auch eine gute sache erstens für eure kasse und zweitens für die umwelt also wenn das nicht ein deal ist dann weiß ich auch nicht also geld für e-auto den link dazu findet ihr unten in der video beschreibung ja nach 50 kilometer strecke da liegen wir bei 19,2 kilowattstunden hier im avenger das ist ein bisschen schade wir haben auch keinen gegenwind wir haben eher so wind von der seite also der wind ist es nicht es ist auch total warm 27 grad außentemperatur wird mir angezeigt also deutlich mehr als der astra und das wo wir doch viel besseres wetter haben so und jetzt sind wir hier gleich in bremerhaven wir machen hier die wände und fahren von autobahn runter und dann geht es zurück nach bremen ja 18,7 kilowattstunden haben wir nach 64 kilometer das ist deutlich mehr als der astra hatte also fast zwei kilowattstunden mehr aber es geht jetzt wieder zurück nochmal 64 kilometer und da mal sehen vielleicht geht er noch ein bisschen runter aber dass der avenger hier mehr verbraucht ist ja eigentlich auch nicht verwunderlich wenn man sich die karosserieform mal anguckt wie meine luftwiderstand kann man nun halt nicht wegdiskutieren ja ich bin mir nicht sicher was ich von dieser stellantis philosophie halten soll sie haben diese eine plattform da haben sie einen akku und das ist so ein baukasten in schubladen und da ziehen sie was aus den schubladen und stecken sich so die autos zusammen und dann kommt da so ein avenger raus oder ein opel der mokka oder eben auch der astra oder der neue peugeot 308 oder der neue fiat 600 das ist auch von der klasse hier so ähnlich wie der hier am ende ist es irgendwie fast immer das gleiche auto nur das blechkleid hat sich gewandelt und die leistungsdaten und technischen spezifikationen sind bei allen doch irgendwie identisch dann schreiben sie noch einen markennamen drauf und schon haben sie irgendwie 50 verschiedene elektroauto modelle aber in wirklichkeit ist es aber nur ein modell und nicht 50 weil es ist alles das gleiche ja was haltet ihr davon und noch dazu ist es ja auch eine plattform wo sie die autos auch als verbrenner rausbringen also den jeep avenger den gibt es eben auch als verbrenner wohlgemerkt 10.000 euro günstiger im basispreis und das ist dann der unterschied plötzlich nur weil da ein akku drin ist und 30 prozent weniger teile kostet so ein elektroauto 10.000 euro mehr ja ich weiß nicht ich weiß nicht ob das jetzt wirklich zielführend ist also die sache mit dem kleinen akku hatte ich aber im astra schon erwähnt ist im prinzip eine gute idee wenn der wagen effizient ist aber bei so einem avenger hier obwohl der wagen ja nicht groß ist baut er natürlich hoch auf hat eine sehr steile front hat dadurch sehr hohen luftwiderstand und mit den 19 kilowattstunden die wir jetzt immer noch haben nach über 70 kilometer da ist dann die reichweite auch eher bei 250 kilometer auf der autobahn also an die 300 kommt er dann nicht mehr ran und im winter naja dann ist es noch ein bisschen weniger dazu gepaart mit der ladeleistung die auch bei 100 kw liegt in der spitze hier auf dem papier das gucken wir uns nachher nochmal an wie es wirklich ist sie ist auch okay also dass man sagen kann man kann damit leben ist akzeptabel aber es ist jetzt auch nicht der knaller dass man sagt wow das ist jetzt ein kaufargument so dass man einfach sagen muss ich bin hin und her gerissen einerseits finde ich die idee ja gar nicht schlecht dann spart man natürlich kosten nur diese kosten müsste man auch mal an den kunden weitergeben schreibt mir doch mal in die kommentare was ihr von dieser philosophie haltet vom zellantes konzern so wir sind jetzt 120 kilometer unterwegs und haben einen verbrauch von 19,8 im durchschnitt jetzt haben wir noch 46 prozent im akku und in vier kilometern da geht wieder die abfahrt ab hier dann fahren wir runter dann noch ein bisschen durch die stadt und dann bin ich auf den endwert gespannt wenn wir zu hause sind ja wir sind wieder da wir sind 129 kilometer gefahren mal wieder auf der strecke brem bremerhaven und haben einen endstand von 19,2 kilowattstunden state of charge ist 44 prozent das heißt das sind 6 prozent weniger als im opel astra letzte woche bei beiden autos sind wir ja mit 91 prozent gestartet also gleichstand und hier der jeep avenger hat eben sechs prozent akku mehr verbraucht hat auch zwei kilowattstunden mehr verbraucht wie gesagt 19,2 der astra letzte woche lag bei 17,2 ja wetterbedingungen heute waren ideal wir hatten über 30 grad aber natürlich musste heute die klimaanlage deswegen mehr leisten letzte woche war es eben der regen der hat dann effizienz gekostet und dieses mal war es halt die klimaanlage so ist immer irgendwas so sind eben die bedingungen naja wenn man sich das dann aber mal ausrechnet 129 kilometer bei 47 prozent verbrauchtem akkustand dann sind es bei 100 prozent 274 kilometer reichweite ja sind nicht ganz die 394 da fehlen mehr als 100 kilometer ist aber so wenn man auf der autobahn fährt dann verbraucht dieser jeep avenger eben doch deutlich mehr als wltp in der stadt sieht es deutlich anders aus gestern zum beispiel wo ich den wagen geholt habe vom händler bis nach hause sind so ungefähr zehn kilometer gewesen da lag ich im stadtverkehr bei 12,3 kilowattstunden ja 12,3 das ist doch mal ein wert da sind die 400 kilometer plötzlich doch nicht so ganz unrealistisch aber was soll's wir vergleichen ja eben auch hier die autobahn 44 prozent haben wir jetzt noch da muss ich noch ein bisschen runter ich will ja deutlich unter 20 kommen ja und deswegen fahre ich noch wieder ein bisschen auf die autobahn und dann stellen wir uns anschließend an den schnelllader und schauen mal ob die 100 kw die versprochen sind auch wirklich eingehalten werden oder ob er sogar wieder ein bisschen drüber kommt wie der opel astra letzte woche bin gespannt du hast es Lopez ich bin du hast sich du hast痠ge du hast es dass du hast du hast Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, also ihr habt es gesehen, wir haben sogar in der Spitze bis 110 kW laden können. Also Ladeleistung um 10% überschritten. Also das, was Stellantis versprochen hat, wurde mehr als gehalten, sodass die Ladekurve hier vom Jeep Avenger so ein bisschen besser ist noch als beim Opel Astra. Also minimal zumindest. Und diese 24 Minuten von 20 auf 80%, die sind tatsächlich gar nicht mal so unrealistisch. Von 10 auf 80%, da ist es dann allerdings doch etwas mehr als eine halbe Stunde, sodass man auch trotz des kleinen Akkus da auf der Langstrecke so eine halbe Stunde Pause einkalkulieren muss. Ja, und das alle 250 Kilometer spätestens, weil bei 274 Kilometer Reichweite, ja, da muss man halt dann doch ab und zu mal öfter an die Ladestation. Und ja, das ist natürlich klar. Der Wagen hat natürlich eine ganz andere Front als der Astra, obwohl sonst hier alles gleich ist. Ganz so effizient ist er natürlich nicht. Aber Effizienzwunder kann halt auch Stellantis nicht verbringen. Also trotzdem finde ich für diese Größe des Autos den Verbrauch noch relativ im Rahmen. Ja, und sonst vom Fazit her, dieses Auto hat mich wirklich sehr, sehr angesprochen. Ich finde ihn von außen extrem gelungen. Also eins der schönsten Stellantis Autos in dieser Klasse. Also gefällt mir noch besser als der Mokka oder der Fiat 600 zum Beispiel oder Peugeot 2008. Oder was hat Stellantis da nicht noch alles im Portfolio auf der gleichen Plattform? Auch von innen zugegeben, es ist alles Hartplastik. Da kann man aber doch irgendwie drüber hinwegsehen, denn es ist hier kein Klavierlack verbaut. Also absoluter Pluspunkt. Spaß beiseite. Aber trotz Hartplastik ist hier wirklich alles gut verarbeitet. Es klappert nichts, es rappelt nichts. Also alles sehr handfest und solide. Und optisch macht es trotzdem eine sehr gute Figur. Es wirkt jung, dynamisch, spritzig, ja irgendwie sehr, sehr freundlich. Vor allem auch dadurch, dass der Wagen in diesem knalligen Goldgelb lackiert ist. Eine rattenscharfe Farbe. Völlig Geschmackssache. Aber so fallt ihr mit dem Wagen definitiv auf. Und dadurch, dass das hier innen, das ist immer Tonbrett, in Wagenfarbe lackiert ist, da wirkt es nochmal eine Spur frischer und irgendwie jugendlicher, dynamischer. Das macht hier echt was her. Was mir auch sehr gut gefällt, ist hier eben die Anordnung der ganzen Elemente. So eine Mischung aus Fiat 500 und weiß nicht, was das noch irgendwie ist. Das Lenkrad ist extrem schön, schön klein, fasst sich super an. Richtige Tasten. Und das ist richtig klasse und das macht unheimlich Spaß. Auch diese Ablagen hier, diese vielen kleinen Details, sei es der Sternengucker oder dieser kleine Marienkäfer. Das zaubert einen so ein bisschen, so ein Schmunzeln aufs Gesicht. Und das macht es doch irgendwie auch aus. Ja, die Werte beim Fahren können sich eigentlich sehen lassen. Höchstgeschwindigkeit würde ich mir ein bisschen höher wünschen. Mein 150, das ist ja nun echt nicht viel. Da liegen wir so zwischen ID.Buzz und ID.3. Ich meine, das ist irgendwie nicht angemessen für so ein Auto, finde ich. Also die 160 sollte er mindestens haben. Der Astra hat die über 170. Warum sie es hier irgendwie sich nicht getraut haben, weiß der Geier. Vielleicht haben sie Angst gehabt, dass der Wagen dann zu viel verbraucht. Aber gut, ich meine, so schlimm war es jetzt ja auch nicht mit dem Verbrauch hier. Tempomat übrigens, kleiner Funfact, den kann man einstellen bis 180. Ja, da ist doch irgendwie klar, dass das beim nächsten Software-Update kommen muss. Ja, und Software-Updates, over the air geht auf jeden Fall. Hier wird mir auch irgendwie eins angezeigt, aber mangels Konnektivität kann ich es mir jetzt nicht runterladen. Ansonsten kann ich hier auch Wireless, CarPlay und Android Auto anschließen, sodass ich mit dieser Software, wenn sie mir denn nicht gefallen sollte, hatte ja auch beim Astra so ein paar Kritikpunkte. Wobei sich das hier irgendwie besser anfühlt. Ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie reagiert das Display besser. Kann auch subjektiv sein. Aber wenn man die Software nicht benutzen möchte, dann kann man drahtlos CarPlay oder Android Auto benutzen. Ja, in puncto Ladeplanung müsste man hier auch noch ein bisschen was verbessern. Beim Astra hatte ich immerhin quasi eine Reichweitenanzeige innerhalb der Route. Das ist noch hier überhaupt nicht drin. Das kommt vielleicht mit dem nächsten Software-Update. Also scheinbar bin ich hier eine Version zurück. Ja, beim übernächsten Update spätestens hoffe ich mir dann, dass da auch eine automatische Ladeplanung dabei ist. Denn so, ja, man kann es benutzen. Aber heutzutage eigentlich will man es gar nicht benutzen. Ja, summa summarum trifft der Jeep Avenger bei mir total auf den richtigen Nerv. Ich finde ihn von außen sehr gelungen. Von innen finde ich ihn auch sehr, sehr schick. Man kann hier mit vier Erwachsenen einigermaßen bequem reisen. Hinten ist es dann für die zwei, die da sitzen müssen, ein bisschen zu eng, glaube ich. Also zumindest dann, wenn man als 1,80 Mensch hinter einem 1,80 Mensch sitzt, dann wird es knapp. Geht aber gerade noch so. Kofferraum ist fast identisch wie beim Astra. 355 Liter und der Hund passt auch rein. Sodass ihr euch den Jeep Avenger unbedingt anschauen solltet, wenn ihr euch für so einen kleinen Stadt-SUV interessiert. Das wäre vielleicht genau das Auto für euch. Preislich, finde ich, ist es sogar noch im Rahmen. Weil man bedenkt, die Version hier, in der ich sitze, die Summit-Variante, wenn ihr im Konfigurator mal gucken wollt, da liegt ihr bei 46.000 vor Förderung. 46.000 und ein paar zerquetschte. Und dieser Wagen hier, den ich jetzt fahre, den könnt ihr sozusagen abzüglich aller Förderungen und Rabatte für 38.900 und kaufen. Bei der Wanscher-Gruppe in Bremen. Da steht der Wagen nämlich rum. Der ist ja zugelassen, aber auch natürlich zum Verkauf. Und sie legen da noch ein bisschen Rabatt drauf, sodass ihr ungefähr unter 39.000 kommt. Ja, und das ist für so ein Auto doch einigermaßen okay. Wenn man bedenkt, der gleiche Verbrenner kostet da nur noch 3.000 Euro weniger. Da ist diese Differenz im Basispreis von 10.000 Euro plötzlich dank der ganzen Abzüge gar nicht mehr so groß. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.